Hund und Mensch brauchen Bewegung und Freiheit. Hunde brauchen bis zu 15 Kilometer Auslauf pro Tag. An kurzen Leinen hat Ihr vierbeiniger Freund wenig Spaß und bekommt nicht genug Auslauf. Die Folge, er wird krank. Flexi hat die Lösung. In kürzester Zeit bieten Sie Ihrem Hund an Flexi-Leinen kontrollierte Auslauffreiheit. An den ausrollbaren Gurten oder Seilen läuft Ihr Vierbeiner dreimal so viel wie Sie selbst. Das hält ihn gesund und fit. Flexi-Leinen sind extrem sicher und kinderleicht zu bedienen. Die Grundfunktion. Halten Sie die Leine am Handgriff. Das Seil bzw. der Gurt läuft sanft ein und aus, ohne dabei durchzuhängen. Ihr Hund genießt so die optimale Bewegungsfreiheit. Wollen Sie Ihren Hund kurzzeitig stoppen, drücken Sie die Bremstaste. Ihr vierbeiniger Freund lässt sich nun gut dirigieren. Drücken Sie die Bremstaste mit dem Daumen herunter und ziehen Sie den Arm mit der Leine nach hinten. Wenn Sie die Bremstaste loslassen und den Arm nach vorne schwingen, rollt die Leine automatisch wieder ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis der Hund bei Fuß ist. Also noch einmal. Wenn Sie Ihren Hund dauerhaft an der kurzen Leine finden, drücken Sie zunächst die Bremstaste nach unten und schieben Sie dann die Dauerstopp-Taste nach vorn. Also noch einmal. Drücken Sie zunächst die Bremstaste nach unten und schieben Sie dann die Dauerstopp-Taste nach vorn. Die Leine kann sich so nicht lösen und Ihr Hund bleibt bei Fuß. Durch einfaches Zurückdrücken mit dem Daumen kann der Dauerstopp jederzeit gelöst werden. Ihr Hund kann sich wieder frei bewegen. Die weltgrößte Produktion für Hundeleinen ist in Deutschland und wird als Familienunternehmen vom Erfinder der Rollleinen seit mehr als 30 Jahren geführt. Qualität made in Germany, auf die Sie sich verlassen können. Wir haben die Flexi-Leinen aus Liebe und Leidenschaft zu Hunden entwickelt. Weltweit führen über 100 Millionen Menschen ihre Tiere an Flexi-Leinen spazieren. Geben auch Sie Ihrem Hund die Freiheit an der Leine.